Hallo und herzlich willkommen zum Gadget des Tages. Heute habe ich mal eine richtige Kleinigkeit für Sie, welche aber vielfältig einsetzbar ist in allen möglichen Lebenssituationen. Zum Beispiel, wenn Sie mal eine Präsentation halten. Und da kennen Sie alle die Laserpointer. Die sind normalerweise groß und sperrig. Und ich habe hier ein kleines Gadget des Tages. Wir beginnen mal mit dem Laserpointer. Der ist übrigens in Deutschland zugelassen, also nicht auf die Horrorwarnungen hören. Damit kann man keine Augen verletzen, keine Piloten blenden. Aber hervorragend Präsentationen durchführen. So, wenn Sie jetzt hier mal schauen, wenn ich jetzt an der Tafel bin und mache eine PowerPoint-Präsentation oder ähnliches, kann ich meine Argumente mit dem Laserpointer nochmal untermauern. Schauen Sie hier, dann brauche ich nicht immer vorne dran laufen, sondern kann das wirklich bequem von der Seite machen. Hier auf dem Hemd muss man es auch gut sehen. Jawohl, also dieser Laserpointer zum Steuern Ihrer Präsentationen, zum Hinweisen auf Punkte, zum sagen, schau genau da hin. So, aber das ist nicht der einzige Nutzen, den wir haben von diesem 3 in 1 Laserpointer. Denn in letzter Zeit kommt immer mehr Falschgeld auf. Und da sollte ich doch auch mit einfachsten Mitteln das mal kontrollieren können. Und das können wir hier auch. Und zwar sehen Sie es jetzt vielleicht. Ein blaues Licht. Das ist ein UV-Licht. Und ich habe jetzt auch meinen Geldschein da. Da geht es nämlich um ein weiteres Merkmal. Zu Wasserzeichen, zu dem Silber-Goldfaden, der zu Silberfaden da drin ist, haben wir auch in jedem Geldschein Farbpartikel. Und zwar im Papier verbaut. Und die sind auf den ersten Blick gar nicht zu sehen. Aber jetzt schauen wir mal hier. Schauen Sie mal direkt neben dem Grünen. Sehen Sie das? Ich hoffe, die Kamera geht jetzt drauf und kann es entdecken. Neben dem Grün, das sind so kleine Farbpartikel. So, und jetzt da schimmern sie. Und die schimmern wirklich nur in UV-Licht. Wäre das jetzt ein falscher Fünfer, könnte auch ein 50er oder ein 100er sein, wäre hier nirgends wo ein solcher Farbpartikel zu finden. Also hier sehen Sie, ich bin wieder sicher, ich habe einen echten 5-Euro-Schein. Gott sei Dank, der nächste Einkauf ist gerettet. Aber ärgerlich wird es natürlich ab 10, 20, 50 Euro. Und da sind immer mehr Falschgeldscheine im Umlauf. Und so können Sie sich einfach schützen. Oder für den Notfall dann noch natürlich diese kleine Taschenlampe. Leuchtet mir den Weg. Und das Schöne ist, ich muss also nicht daran denken. Denn aufgrund dieses kleinen Schlüsselanhängers habe ich es natürlich immer an meinem Schlüsselbund. Und so kann ich Geldscheine überprüfen. Ich kann für die kleine Präsentation zwischendurch meine Laserpointer einschalten. Und ich kann mir den Weg nach Hause jederzeit leuchten. Und da sehen wir es, das UV-Licht. Hier die Lampe, also die hat auch richtig Leuchtkraft, dank LED-Technik. Und da haben wir noch mal den Laserpointer. Und ich halte ihn jetzt mal in die Kamera, dass Sie sehen, da braucht man keine Angst davor zu haben. Also mit dem kann man keine Augen verletzen, so wie man es in Horrorfilmen oder Ähnliches sieht. Ist gesundheitlich absolut unbedenklich. Und jetzt kommen wir noch zum Hammer, nämlich zum Preis von unserem Gadget des Tages. Das sind gerade mal zwei Euro und 76 Cent. Und ich finde, das ist ein kleines Helferlein, sollte jeder am Schlüsselbund haben. Für alle Notfälle, ich sehe mein Falschgeld. Und hier sehen wir mal den UV-Strahler ohne irgendwas drunter. Einfach nur auf schwarz. Im Studio ist es hell, aber im Dunkeln sehen Sie das dann wirklich famos. Hier für die Präsentation auf der Tafel. Oder wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation, irgendwas erklären wollen und dann nicht hinlaufen wollen, zeigen Sie es mit dem Powerpointer. Und zu guter Letzt natürlich noch die Taschenlampe. Schlagen Sie zu, unser Gadget des Tages ist auch heute wieder limitiert. Zumal zu diesem Preis 2,76 Euro. Die Bestellnummer ist die NC 9173 und die 569. Bei mir hängt er am Schlüsselbund. Und ich werde nicht mehr ohne ausgehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wer schon einmal einen falschen 50er oder 20er oder 10er oder 5er oder 100er untergejubelt bekommen hat, wird dieses UV-Licht, diesen Laserpointer und diese Taschenlampe ab sofort auch am Schlüsselbund tragen. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Übrigens, ich hatte mal einen 20er, der war falsch. Ja, musste ihn abgeben. Bekam ihn natürlich nicht ersetzt. Es war nicht mehr nachvollziehbar, wo der herkam. Und ich war am Ende der Dumme. Hätte ich 2,76 Euro vorher schon investiert, dann hätte ich mir die 20 Euro sparen können. Und bei Ihnen sieht es genauso aus. Also, unser 3-in-1 Laserpointer für 2,76 Euro mit der Bestellnummer NC 9173 und die 569. Jetzt gleich anrufen, bestellen und dann sind Sie, was Falschgeld angeht, auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Viel Spaß damit.